Musik Wir befinden uns im Musikunterricht einer 10. Klasse Realschule. Die Schülerinnen und Schüler sollen in der Unterrichtseinheit einen Imagefilm für die Schule erstellen. Als Einstieg entscheidet sich der Lehrer, einen Beispiel-Imagefilm zu zeigen, an dem man die Merkmale und Herausforderungen gut herausstellen kann. Mittels der App ByBot3 sollen die Schülerinnen und Schüler all ihre Gedanken und Eindrücke ungefiltert aufschreiben. Die App ermöglicht ein zeitgleiches und kollaboratives Arbeiten, sodass bereits während der Vorführung des Imagefilms viele Meinungen und Gedanken gesammelt werden können. Aus diesem Grund bietet sich die App als Gelenkstelle für die Connect-Phase hier an. Im Accelerated Learning Cycle will diese Phase das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler abrufen sowie einen motivierenden Impuls setzen. Genau dies sehen wir in unserem Beispiel. Die Jugendlichen notieren ihre Eindrücke und gleichen diese sogleich auch mit ihren Mitschülern ab. Auf diese Weise entsteht bereits ein gemeinsames Denken über den Beispielfilm. Verständnisfragen können für die Anschlusskommunikation festgehalten werden, aber eben auch erst die Ideen für einen eigenen Schul-Imagefilm. Die App ByBot3 fungiert hier als gemeinsamer Mitschrieb aller Assoziationen und Gedanken. Daraufhin erfolgt ein Lehrerschülergespräch. Die Schülerinnen und Schüler nehmen dezidiert Stellung zu ihren Postings. Übergeordnete Themenfelder werden erkannt und sichtbar gemacht. Der Mitschrieb aktiviert das Vorwissen aller Schülerinnen und Schüler. Die Gruppenergebnisse lassen sich selbstverständlich für den weiteren Verlauf der Unterrichtseinheit exportieren. Die Vi Singh ist ein necesitaiser Fantastisch. Wir lücken nicht nur auf jeden Fall von der Durchdektion, losthern schulously Einige Venuschen. Vielen Dank.